. Eine wichtige Schale, eine nahe Schale wegen Koffi und Schabbes. Böse deinen Schlitten. Koffi und Schabbes Das ist ein Teil des Schabels und dort warft er auch ein Kaffee bei der Natur. Die Kaffee, die wir in Polen sprechen, ist, was uns in der Hand rief, der Brot-Koffee. Aber ich habe keine Kaffee, also wie Instant-Koffee, ich habe nicht mehr, wie ich glaube. Das ist eine nahe Sache, 40, 50 Jahre. Die Kaffee ist ein Kaffee, das von uns in der Brot-Koffee, Sie machen die Befürwung und haben die Kaffee bei dir gemacht. Ich habe mich schon ein bisschen zurückgegangen, Menschen haben liebte Brut-Koffee. Es ist eine normale Versache, ich habe verschiedene Maschinen, die man machen kann. Aber die Rebe, die Rebe trinkt, im Befranz kommt Schabbes, was man kann nicht in der Maschinen für die Koffe, nutzt man den Instant-Koffee. Instant-Koffee ist ein anderes, sautmäßig, es ist schon gekocht, wenn man schon mal so sieht, wie man das macht. Aber in der letzten Zeit haben wir eine neue Koffe zu fabrizieren, was hatten sich beide. Der Erste, was herausgekommen ist die Firma Starbucks. Starbucks, eine tobakante Firma, macht doch Koffe. Alle meine Damen. Aber wir reden von der originale Koffe. in Basai, Menschen kommen ins Geschäft, und man kauft dort, was heißt Brut-Koffee, was gekocht ist, die richtige gekochte Koffe. Das kann man nicht nach Hause machen. Ich meine, wir können das nach Hause machen, aber wir können das nach Hause machen. Es ist nicht bequem. Er ist nicht bequem. Er ist auf dem Weg. Er ist auf dem Weg. Er hat eine Koffe. Er hat eine Koffe. Er hat nicht gekocht, denn das müssen wir auf dem Heißwasser mit einem Heißwasser mit einer Koffe. Er hat eine Koffe aufkocht. Er hat sich auf den Heißwasser ein paar Prozent von grauen Koffe, roher grauen Koffe. Er hat sich auf den Heißwasser gemischt mit der Ecke mit der Insta-Koffe. Wir können das trinken, weil der Mensch weiß, dass man eine Koffe mit Blut-Koffe macht, mit der zumulenden Koffe, wo man auf der täglichen Koffe an der Reifen ist, müssen wir es ausfiltern. Man kann das nicht trinken, das ist nicht bequem. Es ist dumm so gemacht, auf dem Öfen, als es sei, sei, zumul, auf dem speziellen Weg, aber er ist, das ist der richtige Blut-Koffe, geht es daran, der Geschmack, geht es daran, der Tarm, 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 Aber wir machen den Koffe ganz wichtig, was wirIGHT gemacht haben wird, ein sehr kurzer Koffer sind, Spirituale Koffe aus dem Feld und wird zusammengegeben這樣. Solche elevator der Tarm, das ist, der Witz giornoστ اور cepß. Wir nehmen einen nieen Koffer, der Monitor der Tarm im dumpen realized aus ihm, Das ist die selbe Sache, was auch für ein Päckchen liegt an dem Wasser. Das ist ein Instant-Coffee, das ist in der Mitte. Und das ist die Reise zu machen. Das ist noch ein bisschen maßgeblich. Bei uns ist es eine Sache, die Starbucks, das ist eine mehr bekannte Firma. Das ist eine andere Firma, die jeder in die Gemeinde bringt. Das ist eine andere Sache. Wir können es sehen, weil auf dem Päckchen steht 100% Instant-Coffee und Micro-Grain-Ground-Coffee. Ich darf es sagen, es wird auch aufgeschrieben, als es in sich hat. Ich habe damals in der Kaffee gekauft, dass es ein Päckchen mit Instant-Coffee ist. Das ist eine problematische Sache. Es sind Milchsteine und die Ingredienz beide. Du steigst auf die Ingredienz und der kleine Brunnen. Du hast es Instant-Mikro-Grain-Coffee. Wenn man es ist, es ist gringend zu sehen, steigt sich auch eine bessere Sache. Sie steigt auf den Befehlsch. Als Schabbes darf man auf den Acht hingeben. Aber das darf man auch Mamsi sein, wenn man die Verkäufte, da werden Schabbes noch. Aber bei diesem, das ist eine Schale, Gedulde. Nicht nach dem Befehlsch. Wo ist eine Kaffee? Die Kaffee wächst auf der Brunnen. Die richtige Kaffee ist eine Kaffee-Cherry. Sie wächst eine kleine Bündel. Aber die Bündel ist auch mit der Sache Kliefes, mit der Sache Schulichs. Du hast auch eine dicke Schulichs. Später, du hast auch Gel. Auf dem du noch eine Schulichs, das heißt Parmet Schulichs. Und nachdem du noch eine Feder, das heißt eine Silve Leinigung. Eine gute Leinigung. Und hinter dem alle trifft man den Kaffee-Wundel. Wie wächst die Kaffee? Die Kaffee wächst in gewissen Ländern. In Kolumbien wächst das Kaffee. In Brasilien wächst das Kaffee. In Brasilien-Koffee ist das Kolumbien-Koffee. Ich sage Kolumbien-Koffee, der Kerl hat nur 1% Kaffee. Das heißt, man meint, man nimmt das Kaffee, das hat Kaffee. In der Bündel ist nur 1% Kaffee. Brasilien-Koffee hat mehr, zwischen 3 und 4%. Aber der Kaffee von Kolumbien-Koffee hat weniger Kaffee. Das hat mehr Geschmack getan. Das hat mehr Geschmack getan. In Kolumbien-Koffee hat ganz wenig Kaffee wie der andere Kaffee. In Kolumbien wächst die Kaffee auf dem Berg in der Welt. Seitdem private Menschen wächst die Kaffee. Und sie bringen die Kaffee zu den Fabriken. Sie müssen die Fabriken ausarbeiten und prozessen. Sie machen die Kaffee und das weiß man. Die Fabriken wollen sich nicht mit den schulissen. Die Kaffee ist nicht mit den schulissen. Sie müssen mit den schulissen werden. Von dem ist es immer ein Stück der Irre. Die alle Fahner nehmen die schulissen. Wer weiß, wo sie sind, wieso sie sind. Es ist schade, weil wir gehen mit den Kaffee mit den Kaffee. Wir sehen in den Kaffee, wo man verkauft. Die Sachen in den Kaffee steigt. Der Herrscher ist nur mit den Kaffee zu verlieren. Weil dort in der Fabrik muss man verbrüht. Aber die mit den Kaffee, in den ganzen Farmen, in den ganzen Gegenden ist es schwer zu kommen. Ich denke, es ist ein Irre. Wer weiß, es ist nicht etwas herangemischt. Der Maße, wir gehen in Kolumbien, Tage vor dem Zeug zu sehen, wieso man den Kaffee macht. Wir gehen bei Puffharmers. Wir sehen alle machen den selben Weg. Das ist der Weg, wie man es macht. Ein Schuler nennt man den Weigen im Wasser. Das rein Wasser. Sie können nicht daran mischen etwas anderes in das Wasser. Was tun wir etwas anderes in das Wasser? Das wird es geben nach Tarn zu dem Kaffee. Und später, wenn sie kommt zu der Fabrik, hat die Fabrik schon nicht wählen, weil sie ein Beutig ist der Kerl. Und sie macht viel auf der Reinkheit von der Kerl. Es ist nur mit Wasser allein. Das nennt man auch die Schuler. Später, als zweiter Schuler, wenn man den Druck durchdrehen muss, sie liegt in der Sinn. Sie liegt ausgespreit. In der Sinn. Und die Sinn hat es hart gemacht. Aber meine Leute, die Schuler brechen sich auf. Es wird jetzt in einem Stück an Schale und die Kaffee sind sehr viel Zeit. Sie haben auch die Schale. Sie haben auch die Kaffee. Sie haben auch die Schale. Die Kaffee ist ein Chal. Sie hat auch die Kaffee. Sie sind in der Fabrik. Die Kaffee ist ein Bundel, das nicht allein ist, die letzte Schuler der Silberleinung. Sie sind in der Kaffee. Die Kaffee kommt aus dem Tarm zu finden, das ist mein Ziel, das ist mein Ziel, das ist mein Ziel. Da kommt aus dem Tarm von der Kaffee, müssen wir die Kaffee brüten. Was haben wir brüten, geht nicht aus dem Tarm. Alle Kaffee sind gebrüten. Wir sind gebrüten, wenn wir die Kaffee mit einem Täter besandeln, wir können die Kaffee brüten, nicht wir können es machen, aber wir wollen das nicht. Seht ihr, was heißt Decaffeinated Kaffee, das ist ein rausgenimmter Kaffee, das zieht man mit Farnbrüten. Wieso nennt man raus den Kaffee für den Kaffee? Seht ihr, zwei Wege, man kann mit Wasser, mit dem, was man weigt, das ist im Wasser, man hat einen gewissen Weg, das schleppt aus dem Kaffee. Ein gringere Weg und ein mehr mäuldiger Weg, das arbeitet besser, ist, man weigt das mit Alkohol, man weigt den bundlichen Alkohol und der Alkohol zieht heraus den Kaffee von der Kaffee, und das geht in den Alkohol heran. Die Idee ist, es ist eine Schale auf Peißig, weil Alkohol, weiß man doch, kann man sagen, Chummetz sind, kann man sagen, Kidney, kann man sagen, Chummetz. Wenn meine Decaffeinated Kaffee, darf man wissen, ist Urlaub zu sagen Chummetz, darfst du mal Gitter herrschen auf Peißig. Die Stammkaffee, haben wir gesagt, die Stamm gebrotene Bundel haben wir gut nicht getan, aber die Kaffee, das ist Decaffeinated, das ist rausgeschleppt geworden, der Kaffee mit dem Alkohol, versteht sich nach dem, nennt man den Bundel, im erwaschtes Gittert, denn da, ich soll nicht blanken Alkohol dort machen, weil kein Alkohol in der Kaffee, aber wie bald in der Kaffee, ist er rausgeschleppt geworden mit Alkohol, weil der Decaffeinated Kaffee, kann auch in der Kaffee, in der Alkohol bleiben, der Alkohol bleibt. Die Stammkaffee sagt, was zieht man mit dem Kaffee, was man schleppt aus dem Bundel? Man schleppt aus dem Kaffee, von dem Bundel? Ich habe gefragt, in der Firma, was zieht man mit dem Kaffee, sei Verkäufe von Coca-Cola, weil Coca-Cola hat in sich Kaffee, wie nehmt ihr den Kaffee, sei Käufe von Kaffee, von der Decaffeinated Kaffee. Und das, da versungen, wo er geht, der Herrscher auf Peisig, weil, als Fachmann, er rauszunehmen, der Kaffeein, ist gewohnt mit Hummels, und später, die Leik Saran in der Coca-Cola macht, das Hummels sich auf Peisig, aber ich kann mir sicher, dass die Herrscher auf Peisig weißen von dem, und geben achtung auf dem. In der Maße, der Bundel, kommen ein wenig gebruten. Es gibt dort, seit der Bundel, was haben die Kaffeein inwändig, seit der Bundel, was mit dem rauszunehmen, der Kaffeein, sie gehen, die Zitzlie. Die erste Sache, was man zieht sich, ist mit Brutus. Sie haben mit Friegesucht, er rauszunehmen, der Tham, darf man es bruten. Noch ein Brutus, mit Zimultus, und das ist der Grunde Kaffeein. Das ist der Grunde Kaffeein. Das ist der Grunde Kaffeein. der wir jetzt normalen Grunde Kaffeein, also wir kaufen die der türkische Kaffeein, die wir nicht zu nehmen, sie kaufen, sie kaufen die Körig-Kaffeein, die Brutkaffeein liegt in der kleinen Kopf. Sie, die alle Kaffeein, die man da nicht zu nehmen, die wir nicht zu nehmen, die Arbeit ist schon geendet. Die Arbeit ist schon geendet, die Kaffeein ist schon bereit, und wir können das Verkäufein. Man darf schon mehr, wenn man nicht hinzuziehen, die Kaffeein ist schon geendet, sie ist schon gebruten, und wir können das so Verkäufein. Das ist der Kaffeein, was man gerettet hat in der Kirche nur, das ist der Kaffeein, das war der Mann, in aller Postgen, und er war da zu machen, als er Kaffeein in der Kirche, dass es nicht mehr Menschen nehmen Brutkaffee, und werden darauf gießen, kochen die Gewasse auf dem in der Kirche, und er weiß von sich, dass das Tumen nicht hinzuziehen, weil so steht in der Kirche, dass es ein bisschen Acha-Affieh wird zlieh, dass er ein bisschen Acha-Bischh, ein bisschen Acha-Bischh, das ist schon gekocht, das ist ein bisschen Acha-Bischh, aber das ist gebruten, sie gebacken, es ist ein bisschen Acha-Bischh, weil es da, dass Menschen, die Brutkaffee und darauf gießen, kochen die Gewasse auf dem, finden das Schaini, das ist ein richtiger Eri, wo es in der Kirche, und die Pachter, das steht hier immer auf der Kirche, das ist ein bisschen auf der Kirche, auf der Kirche, der Kirche, das ist eine weiche Sache, und er weiß, dass es ein bisschen auf der Kirche, und er weiß, dass wir nicht machen Brutkaffee in der Kirche, das weiß jeder eine, und auf dem haben wir nicht gedacht, dass wir gerade schauen, kann es hier, weil Brutkaffee ist ziemlich, in ziemlich, ich bin ein bisschen nachher ziemlich, man macht nicht Brutkaffee. Wieso macht man Instant-Kaffee? Instant-Kaffee geht man weiter, macht jetzt den Brutkaffee, macht den zermullenen Stäub, es ist nicht Stäub, es ist ein ganzes Stäub, es ist nicht mehr Stäub, es ist Stäub, und wir nehmen den Kaffee, und kochen es auf, man kocht es auf einmal, und noch einmal, und noch einmal, und noch einmal, siebenmal kocht man auf der Kaffee, ein Top, noch eine Top, und noch eine Top, das ist wie so, er arbeitet, sie kocht sich auf der Kaffee, in der Top, und siebenmal, und die ganze Top, die ganze Top, die muss sie durchnehmen, und später, die Wasser, das ist gemischt mit der Kaffee, wird gefeiert, sie noch ein Top, und wird dort noch einmal, gekocht, und sie wird hier, eine dritte, eine fene, eine fene, eine fene, und in jedem Top, wird es gekocht, wo der Tag ist, er rausnehmen, die ganze Kraft, die ganze Top, der ganze Top, er raus in den Kaffee, Die zweite Rübe ist von einem Topf zu einem zweiten Topf, die Solitz, die Stickleucht, das bleibt immer, das führt nicht. Wie lange wir zum siebten Topf kommen, ist eine kleine Maske, das ist nicht nur mehr von der Stickleucht, von der Kabe, weil das ist alles eine Rügefallen, das hat wirklich, wenn meine Falt ist, und das führt nicht von einem Topf zu einem zweiten Topf. Ich komme raus bei der siebten Topf, bleibt mir mit der Topf, mit reiner Maske, dicke, dicke Maske, die es gekocht hat, die es hat den ganzen Topf in der Kabe. Die Maske, die Kabe, schickt man heran in eine Kale, eine größere Kale, das heißt eine Spray-Dreihe, das ist eine sehr hohe, das ist eine Tau, das ist eine sehr hohe, ein Pusstock, in die Kale rein, in die Brust rein, das ist eine heiße Hitze, das ist eine trickene Kale, wo sie sehr starken Hitze hat, bei 400 Grad, und so wie das Wasser kommt da an, das dicke Wasser kommt da an, sie trinken sich aus, und sie wird aus der Staube, sie wird aus der Staube, sie wird aus der Paube, so wie macht man jede Paube, wo sie Milchpaube, sie rauf Paube, das wird so gemacht, man nimmt das Wasser, man kocht es auf, und man spritzt es an in der Kale, und das größere Hitze, trinkt aus dem Wasser, es nimmt aus dem Wasser, bleibt man nur mit den Mammusches, von dem Kale allein, und die Staube, die Staube, dann kommt der Wärter, die Staube, die Staube, die Staube ist also mit der Staube, aber das ist die Staube, die Staube ist eher zu stücklicher, das ist besser zu nutzen, man nimmt die Daube, man nimmt die Staube und mischen, und der Staube, der Staube ist stücklicher, ist grünge, weil man auf dem Weg herunter mischt ein bisschen Wasser. Das Kedai ist ein klebendes Stichlöch, das heißt Alagramation, so wie heißt es. Das schlägt man an, das Wasser zurück in die Kabe, das Kedai zu machen, das Stichlöch, so nicht in den ganzen Trinken steuert. Das Kedai ist gekocht, das Gehirn ist gekocht, nicht einmal, sieben einmal gekocht, noch einmal gekocht, noch einmal gekocht, noch einmal gekocht. In der Stichlöch, das man hat, ist ein Trinken, ein Lach, das ausgetrickt wurde. Von dem zieht es im Wasser. Der richtige Kabe, der Brutkabe, zieht nicht im Wasser, weil es nicht kein Wasser ist, das ist stichlich. Das ist originell Wasser. Ich meine, der Instant Kabe, zieht nicht im Wasser, weil es nicht kein Wasser ist, weil es nicht kein Wasser ist. Das ist ein bisschen ein bisschen. Kendoos Instant Kabe, wollte man mit Ikiradin, gekannt, allein ein Löffel von der Tastisch-Schuss-Kabe, nehmen gleich heißes Wasser von dem Topf, und ein bisschen Lach, ein bisschen, und meistens, dass man durch die Dube Juvisch ist ein bisschen Lach, ein bisschen. Und dann hört man sich mit nocher Kaili, man gießt an nocher Teppel, nocher Teppel. Und die erste Sibbe ist, wenn man darf, machen die Kabe in der Kaili scheini, siehef schon auf den Kaili schlich, und du in dem zwei Himmels. Ein Himmel, was wird der Mann zum Prima Guder in Bialuche bringt, ist sie. Als er zum Gelehrt, Jesch Bischl, Acha Afir. Tatschnuchen, Bruten, Zinnuchen, Backen, ist du Bischl. Ein Bischl, Acha Bischl. Wusstet sich, als Achus ist gekocht geworden, und noch dem Gebacken geworden, siehe jetzt Jesch Bischl, Acha, Bischl, wie Afir. Tänk dir so, wie Jesch Bischl, Acha Afir, was er endlich so zieht. Efter der Afir hat mir Wattelgein der Bischl, wenn mein Lafelesgein gekocht früher, Jesch Bischl, Acha, Bischl, war Afir. Weil die Kabe, die erste Kabe, die wir jetzt haben, ist gekocht geworden, aber spät ist ausgetrickt geworden in der größten Spray-Dreihe, in der Austricken ist ein Maße Afir, des Trickentos, wenn mein Lafelesch Bischl, Acha, Bischl, war Afir. Also ich lerne die Prima Gude. Der Maße der Bialuche denkt sich, in Bialuche sagt, dass der Afir kennisch mehr Wattelsand im Friedigen Bischl, wenn mein Lafelesch ein Bischl achar Bischl ist auch ein Bischl, Acha, Bischl, war Afir. Das ist ein Bischl, das ist ein Bischl. Besonders ein Bischl. Noch ein Himmel, noch ein Sibble, wenn es geht, sie machen ein Bialuche, weil es vielleicht nur ein Bischl, Acha, Acha, oder Sie liegen, in einer Bialuche, kann ich nicht ein Bischl, Acha, Acha, also in der Bialuche, in der Bialuche, in der Bialuche, in der Bialuche, in der Bialuche. Wir schauen mal, was der Kaili Schleschi meint. Der Topp heißt der Kaili Rischen. Der erste Gläsel, was man nennt von dem Topp, heißt der Kaili Scheini. Und der Kaili Scheini ist noch ein bisschen A-Fieh, bisschen A-Fieh. Aber wenn ich nennt der erste Kopf, noch der Scheini, dann geht es an den zweiten Kopf. Der zweite Kopf heißt Kaili Schleschi. Und bei Kaili Schleschi, ich kann kein bisschen A-Fieh, und ich will nicht. Ich fahre auf diesem Kopf. Noch eine Sibbe, von dem man so machen kann, nicht machen von der Kaili Rischen, der Lach in der Karre, weil mit Flieh gesucht, ein bisschen A-Fieh, weißt du doch, bei Juwisch ein bisschen A-Fieh. Bei Lach, bei Wasser, wo es kürt sich auf, ist ja auch ein bisschen A-Fieh. A-Trickene Sachen, aber ein Stück Fleisch, ein Unwärmen, Schabels, kann ich nehmen, ein Stück Fleisch, Röpfleig, Hecht in dem Topf, so zig warm werden, mal ein bisschen A-Fieh. Aber ich kann nicht nehmen Wasser, wo es kalt geworden ist, auf Füllischen Gewin, gekocht, vor Schabels, kann ich nicht nehmen Wasser, weil wir jetzt ein bisschen A-Fieh. Und das ist ein bisschen A-Fieh. Und das ist ein bisschen A-Fieh. ein bisschen A-Fieh. Kann ich sagen, ein bisschen A-Fieh. Ein bisschen A-Fieh. Das ist ein bisschen A-Fieh. Ein bisschen A-Fieh. Das ist ein bisschen A-Fieh. Und das ist ein bisschen A-Fieh. Wo man kennt machen, nach Kaili-Scheini. Weil dort die Bialuche nicht du kannst ein bisschen A-Fieh. 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 Aber das ist ein bisschen ein bisschen A-Fieh. 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 in dem zweiten Kopf, wo es heißt, der Kailischlischi, dann hat man das Problem von der Mühle. Er hat das Oche, der Himmel, weil der Schicht und Rav 17, ich kann ein bisschen, weil ich ein Schimmel mache, in der Kailischscheine, aber ich mache es manchmal anders. Ich meine, du hast Muckum, der Hachme, zu gießen, der Gläsel in noch, ein zweiter Gläsel, die Farmer macht die Kabe, aber da wissen Sie, alles ist der Himmel. Man sieht, ein Mensch macht Kabe, in dem ersten Kopf, das hat schon genommen, auf den Kopf heraus, von dem Scheinig, und dort machte die Kabe, darfst du nicht unschein, von dem Schabbes, weil wir ich gerade den, laut Rav Posken, können wir es machen. Machen gleich, ein Rupf in dem Top, ist auch du am Muckum, wie gesagt, was ist ein bisschen, ein bisschen, Juvrescher, als der Lache ist auch, ein Machlökes. In der Masse, aber das ist der Welt 40, nicht so, in der Welt 40, wir machen nicht auf dem Kabe, so in der Woche, gleich von der Scheinig, wegen der zwei Sibbes, wegen der Juvrescher Nasser Lach, du noch, noch ein Sibber, du steigst mit der Jehuda, und du sagst, nicht, wie es ist, 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 aber wir alle Himmler zusammen mitnehmen, vor dem der Welt ist neuig, und wir gießen den Kopf in den zweiten Kopf, das heißt, wie es ist, wie es ist, und dort können wir machen, die Insta und Kabe, ohne Schale. So, ohne Schale sind Ganzen, es gedeiht auf dem Mann, steht von zehn Euro, gedrückt, der Schiebe, Magdalis und der Kukim, so, als wir tun, ich mache ein Kabe, in Schabe, es ist der Reise, viele Insta und Kabe, wo es mir geht, es ist der Reise, aber die Schiebe, die Schiebe, und es schafft, die Schiebe ist, wegen Zeuweier, es hat ganz, die Mischiebe, die Mann, in der Mitte, der Schmiese, in der Welt, aber wir machen, zwei, an Schale von Zeuweier, so, die Ika, den Pass, wenn ein, zwei, bei Ochlen, wir machen, nicht nur ein Schale von Zeuweier, es ist auch Himmler, wir dürfen nicht, nicht nur ein, zum Heuschen, an oder? Aber, der Zehne, den Wolf, denkt sich, und es so, wir tun, nicht machen, Kabe, in Schaue, so, die nehmt, und es sind keine Schleiche, und es sind keine Revie, die nehmt, den Löffel, Kabe, und die mischt, sie an der Top, das ist die Farben, dem Wasser, und es ist die Reise, von Zeuweier. Es wusste, der Gemüse, der Befehl ist, ein Zeuweier, bei Ochlen, Tarnetorbe, der Zehne, und Robe, eine starke Tarnetorbe. Wie sie gewähnt, ist sie Zeuweier, in Besmeckdisch, mit genümmensamen Mohnen, mit genümmen, der Gewichsen, mit aufgekochtem Wasser, und das haben wir gemacht, die Farbe, die spätige Farbe, die alle Sachen, das bedarfte Mischken, können wir uns auch viele, ein Zeuweier, bei Ochlen, aber jetzt Zeuweier, bei Mayen, also, die Zehne, aber viele, sie suchen, auf Wasser, nicht du, auf Wasser, auf Ochlen, nicht du, an Zeuweier, aber Wasser, kannst du, nicht du, an Zeuweier, da geht, Zeuweier, nicht du, nicht du, im Wasser, wenn meine, hast du, Klu, hast du Zeuweier, bei Mayen, wenn meine, tun nicht, machen kann, kann man, keine Reuweier, auch nicht, nicht aus Bischel, noch aus Esse, Zeuweier, Le Maße, sie ist ein bisschen, ein Duweier, bei mir, der Zeuwe, weil die Kasche, wo sie Zehne, von dem Wasser, von Samen, ist du, in Hamz, der Zeuweier, wo sie, die selbe Kasche, aber wir können sagen, ein Zeuweier, bei Ochlen, die Ecke, die Zeuweier, im Wasser, so, da warte, es ist keine Kasche, weil die Samen, wenn man aufgekopft, im Wasser, haben wir, das Wasser, noch im Kochen, nicht mehr Ruhe, der Achille, das Samen, wenn wir reingehen, wir haben, das Wasser, und sie sind, aus Euchel, wenn meine, es warte, ein Zeuweier, bei Ochlen, also nicht, kann Euchel, und sie sind, so, Wasser, wenn wir, es umgekehrt, kochen, wir pusten Wasser, aber wenn wir, es geändert, kochen, und sie reingehen, die Zeuweier, in dem, ist es, Wasser, und ich kann, trinken mehr, wenn meine, es warte, jetzt, zwei, bemehren, ein Ruhe, in der Achille, aber Wasser, das ist Ruhe, in der Achille, bleibt, der Klau, von ein, zwei, bei Ochlen, also, die Tarn, und sie sind, in der Schiebe, und die Heure, ist es, also, es ist wichtig, dass sie wissen, was sie tun, Menschen, und sie haben, so, das Kissen, in der Heim, haben sie, eine blaue Farbe, die geht dran, in dem Wasser, ist dieser Tag, ein Zeif, was macht, nicht Ruhe, in der Achille, und es tut, ein richtiger, ist es, zwei, in Schabbes, wenn meine, Dei, wo es heute, sagt, wo sie kommt, da raus, in der Wasser, wird gefarbt, auf dem Weg, raus, fahrt, Schabbes, damit es, rausnehmen, aber tun nicht, Farben, Wasser, wo sie nicht Ruhe, in der Achille, wenn sie Ruhe, in der Achille, ist ein, zwei Wochen, aber was, wo sie nicht Ruhe, in der Achille, ist jetzt, zwei Wochen, ein Kapun, ein Schatz, von dem Himmel, wo steigt, von zehn, Euro, was du, ist es, passt es, wenn man macht, Kaffee, in der Achille, Schlischi, ist es mit, ist nicht, du kein Problem, aber das ist ausgerät, wenn sie hinter, Prozent, täglich, Instant Coffee, die Regel, was man geht, durch ein Rammischen, ein Kaffee, wo sie das Brut, Kaffee, auch hat, also wenn man, viel geschmiert, in die neue Kaffee, ist es angemischt, drei Prozent, fünf Prozent, wenn es so, für eine Company, ist es angemischt, ein gewisser Prozent, von Kaffee, wo sie nicht gekocht, wie sie nicht gekocht, und die Schale ist, sie ich meges machen, warte, in mein Kaffee, Schlischi, weil man fragt, als, jesch, bischl, ach, 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 zli, und als, ach, ist es schon gebroten, geworden, ist es auch ein bisschen, aber der Rammus sagt, nur bis er kein Kaffee, scheine, in der Kaffee, Schlischi, ist es nicht nur der Ding, für ein jesch, bischl, ach, ach, zli. Kind, und zwar, aber heute wusste die ganze Tanne, als die Kaffee ist auch ein Terrain gemischt, Brot, Kaffee, wo es ist keinmal nicht gekocht geworden, aber es ist nicht mehr wie gebrotene Sache, eine gebrotene Sache ist noch ein bisschen scheine, aber ein bisschen Schlischi ist in der Mitte, wenn man, wenn man, wenn man durch Friege geschmiert, ist es doch damals so, darf man machen, auch für den Instant Kaffee, auch hat ein bisschen Schlischi, zu vermerzen, und alle anderen ist alles. Wenn man, also ich mache das in der Kaffee, was er rauf in ihrem Tief, man nimmt ihn in den Kopf, man gießt ihn in den zweiten Kopf, was heißt der Kaffee, habe ich das Problem auch nicht tun, es können kommen, darf reden, der Film, weil, also mit Friege gesagt, nicht jeder eine macht, die Kaffee in der Kaffee, du hast gesagt Menschen, gießt ihr an der Kaffee, das heißt was in der Kopf, und in dem ersten Kopf, was heißt der Kaffee, machen sie die Kaffee, was auch in den Schmissen, ich gerade in der Mitte, und diese sind sicher, außer mir dienen, weil jetzt ein bisschen Achatzli in der Kaffee scheinen. Das ist sicher, ein, das ist schon mal so, als der heilige Kaffee, wo es geblüht ist, ist auch so wenig, das ist das Buchtel, in der Rest von der Kaffee. Das ist schon mal so, das ist das Buchtel. Die Masse, sei, sind nicht Buchtel, weil du kennst dich, du hast Kaffee auf dem Tisch, mit dem Tiefen, mit Kabel sein, jeder kann es heim nehmen, und drehen und machen eine Kaffee, und wir sehen, als sie schwimmt darauf, oben der Stichlicht hat, als sie vieles gemacht, sei weinig, aber als sie schwimmt darauf, wir können es sehen. Als auch, was man sieht, kann ich Buchtel werden. Und wir können viele Fahnen, machen die Kaffee, wir wollen sie teilen, wir können es herausnehmen. Als auch, es ist du, werde ich Buchtel. Keine Buchtel zu werden, wir sagen, wir können es nicht kennen. Das ist der erste Klappe, in der Höhe des Buchtel. In der Höhe des Schabbes, trefft man, in der Höhe des Buchtel, es ist auch Buchtel gewonnen, es ist auch, du essen ein bisschen, der rei von dem Muchtel, wo man sagt, gab es Salz, was man sagt, Salz in der Tau, als sie wird Buchtel, so wird der Muchtel, und fahrt sie wird gekocht. Man hat mehr, es riecht ein bisschen, es ist ein bisschen teuer, sie nimmt ein paar Minuten, sie werden gekocht, und es können sie schon Buchtel gewonnen, weil sie dort den Salz, für den Frieden, aber man spielt es nicht. Dann so wird der Muchtel, und nach Hause, als sie aus zu essen, als sie in der Tau, weil sie dort in dem Salz, selbst sie gehen, ein bisschen Buchtel gewonnen, hier ist Schabbes, nicht so kann Buchtel, Buchtel, ist in Jöredaie, in der Höhe des Duhem Assyrim, nicht wie in der Höhe des Schabbes, in der Höhe des Schabbes, in der Höhe des Buchtel, und nicht so kann den Buchtel. Aber ich will, in der Höhe des Buchtel, nicht so kann. In der Höhe des Schalos, wie darfst du dann sagen, sie ist es mit in der Höhe des Schleschi, also wie jede Sache, es gibt ein bisschen, auch an der Höhe des Schleschi, dasástliche Präsident, in der Höhe des Schleschi, mit dieser Höhe des Hahkes, immer in der Höhe des Gesches, es ist mit einer Ök Complete. In dieser Höhe des Chlad doings, dort steht, sogenanntes Sir Leonachten, in der Höhe des Canis, in der Höhe des Sanzeifer, wo es in der Höhe des Neuseimpק lightrens zeigt zu dem Höhe des Chladens, weil er in der Höhe des Zachuss, die das Frieden señlernt, nicht so wie die Höhe des Anzeigen, nicht blenderkrä senza coffee, er hat dies Getrockens Another coffee. In dieser Schale gewinnt, ich hatte eine doppelte Schale. Eine Schale gewinnt sie jetzt ein bisschen, ein bisschen. Weil wir vielleicht machen Kaffee, wir machen Kaffee mal, also wir machen Gold und Kaffee in Schabbos, nicht mehr Instant Coffee. Haben wir gemacht Kaffee Sends, also wir machen die Hand, die Sends für den Schabbos. Haben wir gemacht Kaffee Sends für den Schabbos. Was ist, wenn sie geht aus der Kaffee Sends? Und wir wollen jetzt in Schabbos ziehen, noch kochen die Gewasse auf den Grund, auf den Grauen Kaffee, wo es schon für den Schabbos liegt. Wir haben schon einmal gemacht und jetzt ist schon dritten. Und jetzt will ich heraufgießen, noch einmal kochen die Gewasse auf den Grauen Kaffee, wo es mit den Schabbos schon hat, heraufgegossen. Heute eine Schale ist jetzt ein bisschen, ach ein bisschen, weil das ist schon ein duweer Juwisch, nicht ein duweer Lach, sondern ein duweer Juwisch. Und ich höre ein bisschen, ach ein bisschen, einmal schon gekoßen und kochen die Gewasse auf den Schabbos. Dann kann er gießen noch einmal. Und wenn jetzt die Schale ist für uns auch, ein Mensch greift sie die Sends für den Schabbos. Und sie greift die Mose, die Sends für den Schabbos. Die Schale ist, sie kann er aufgießen jetzt in den Schabbos, noch einmal kochen die Gewasse auf den drittenen Berg, weil ein bisschen, ach ein bisschen. Das ist ein Schale, was sie gehabt hat. Später gab es noch eine Schale. Ein bisschen, ach ein bisschen. Die Schale ist wie, die Kaffee ist harbe und ein bisschen, ach ein bisschen, ach ein bisschen, ach ein bisschen, ach ein bisschen. Was ist mein Bischel? Bischel meint, ein Rost zu nehmen in der Tarm. Ein Tomach seht, als du, der Tarm kommt der Rost aufhören in der Kalle Schleschi, ist ein Simmel, als auf die Miene, du bist aufhören in der Kalle Schleschi. Ihr könnt doch schon machen, da oben. Hagen, der Mose schafft in der Tchive, er schafft, er gaben die Tai Blätter, und er schafft in der Tchive, als Ei, mein Zuck, mein Zett, als der Tarm kommt der Rost aufhören in der Kalle Schleschi, so du nehmt kalt Wasser, hast du auch sehen, als du ein bisschen, ach ein bisschen, ach ein Tarm in der Mare für den Tai. Das ist nicht klar, du bist schon, ach ein bisschen, 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 ach ein bisschen. So, ich will dir nicht, ach ein bisschen, 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 ach ein bisschen. In der Zeichen zieht ein Rost, in der sich die Schleschi, wo es dort nennt der Rost, der gab es Sammunim. Sammunim ist, was mit vielen Dementen, mit genimmenden Mischken, in verschiedenen Gewichten, mit aufgekocht, ein Rost zu nehmen, nicht mehr soll essen, der Sammunim, noch soll er Rost bringen, nach Tarm, also Rost bringen, nach Zwie, am Mare in der Wasser. Ist den Gemüren, darf ich jetzt essen, Schaber, steig, befehlsch, also auf Sammunim, ist du ein bisschen, noch dem, ach ein bisschen, gemacht ein bisschen, dann machen Menschen, die Tappen, und mischen die Tappen, machen Haagüse, erfüllen noch, was ist Bischl, Kaltzachoi, ist du noch mehr Bischl, Bas Sammunim. Ist fregend, ist schön, nehm, verwusse du noch mehr Bischl, Tom, ist ein bisschen, Kaltzachoi, muss ich nehmen, das schon, erfüllen, es weiß, wenn wir tun, ich mischen, die Tappen, es noch, Chimra, Kolbe, und Abrua, aber bei diesem, einmal hat Sache schon gekocht, ist ein bisschen, lach ein bisschen. Sogt der Rost, zweiter Ritzen, der zweite Teil, zähl, ist Bischl, Läuilung. Schatz ist es so, weil, als sagt, ich bin so, wenn ich in der Tappen, es ist Masber, und es wird in der Tappen, ich mache, es ist Leu, wo es in der Tappen ist, und ich möchte, dass sie auf Kleingeld, sei es schein. Es ist so, es ist ein bisschen, Titov zwei Sachen. Bischl kann machen, weich amachen, ich muss, ich habe Kartoffel, ich habe Fleisch, und ich will das Hof kochen, ist einmal, es ist schon weich geworden, und es ist ruhig, die Achille, ist schon ein bisschen. Ich koche es weiter, es ist nicht du, kein bisschen. Es ist du, also, so eine Sache, wo es der Taglist, der findet, dass kein Mensch essen, die Sache, also wie Samen, die ganze Taglist ist, ein bisschen der Pleite, du ein bisschen der Reiches, dass ich mache, kochen, kedei, ein Rost in dem, kedei, die Sache soll weich werden, und das endlich ist, wenn die Sache so weich geworden ist. Aber wenn ich so, der Bischl, ein Rost zu nehmen, der Bischl ist ein bisschen der Pleite, der ganze Bischl ist noch, ein Rost zu nehmen, ein Tham, und wie lange man kocht, ist es noch einmal, noch einmal, noch einmal, und sie nimmt der Rost, den Tham, das ist ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen findet mehr. Ich meine, der Rost zog, als jetzt ein bisschen, leuillen, und in Samen, und in Samen, endlich ist, kein Mensch, ein bisschen, weil der ganze Taglist, dass wenn der Beestl ist, wenn der Beestl ist, Und das sage ich, ich will nur nehmen, aber ich will nur sagen, dass es ein bisschen was passiert ist. Es gibt noch einen Verschleim, wenn man sagt, ich bin hier in Heishe Moshe, in Jesu Moshe, eine Frage dort in der Schule, ich habe eine Tchund für den Schabbos, ich habe eine Tchund gekocht für den Schabbos, und ich will nehmen kochendiges Wasser, allein gießende Tchund, kochendiges Wasser, beide liegen in der Kailerischen, in der Kailerischen, in der Weich, und allein gießende Wasser in der Tchund. Ihr wisst das Problem, diese Kailerischen und diese Kailerischen sind beide heiß, ein Stückchen, auch ein bisschen waschen gekocht, in der Schule dort und Tarnet, wieso können wir das machen in der Schabbos? Die nehmen Heißwasser, pushen Heißwasser, und die machen das in der Tchund. Friert das Gewinn Heißwasser, und dann angegossen Heißwasser in der Tchund, noch eine Schuhzart, der Heißwasser kann werden angekocht in der Tchund, kann es sich tauschen im Ganzen. Das heißt nicht bisschen, das ist richtig ein bisschen, als die Masse, aus genehmen Heißwasser, gemachtes in der Tchund. Verwürst du es nicht, kann es ein bisschen ein bisschen in der Schabbos? Das heißt, das ist von heute, in der Tchiebe, so gesagt, einmal ist es ruhig der Achille, und nicht mehr kann es sich ein bisschen. Es kommt aus dem Wasser ruhig der Achille, der Tchund ist ruhig der Achille, wird jetzt zusammengestellt, eine neue Sache von zwei Sachen. Wenn man nicht gewonnen kann, ist es ein bisschen. Ein bisschen kann es nicht sein, einmal ist es ruhig der Achille. Das ist ausgerät, wenn der Bischl immer kocht auf die Sache, immer esst die Sache allein. Das heißt, ob er tolle Tchris von der Bischl ist, er holl sie nemen in die Tand, sie er holl sie nemen in die Mare, es wie lange man kocht ist, und sie nennt aus der Mare, er sah ein Hempscherin ein bisschen. Bei meinem Kindes von der Roche tolle man lernt, und das über nichts ist ein bisschen, kann man sehen, dass man seine Bischl auch ein bisschen. In diesem Fall, in diesem Fall, das ist eine interessante Sache. Als Herr Jois, der Guinness-Berode mit dem Tchiv, sagt er ein bisschen, ein bisschen, sagt er, das ist noch nicht, dass man die Kaffee nicht essen kann. Sie sagt, wenn man in diesem Tchiv, gibt es Plätze, wie man die Kaffee, weil man viele Kaffee, die man hat, hat man auch gegessen, hat man auch trinkt mit dem Kaffee, hat man gemischt mit Zicke, gewisse andere Wägen, hat man gegessen, sagt er, das ist ein bisschen, wenn man eine Patschkonsäufe hat, also nicht du kannst ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein ganzes, hat ein Dinn zusammengekommen, weil die Ecke ist ein rotzenehmender Pleite, und wie bald du Menschen essen musst, hat er schon ein Dinn für ein bisschen, und ich kann ein Dinn für ein bisschen zusammengekommen. Wenn du uns ein bisschen, ein bisschen heilig, das fällt weg, das ist kein Problem. Die Masse aber bleibt der andere Schale, wie lange der Bischl? Es ist in Guinness Rudel im Stein, als Tome der Tachlis von der Bischl ist, ein rotzenehmender Pleite, also wie man so sagt, bei der Samulim, der Tachlis, ein rotzenehmender Pleite, wie lange ich sehe, die Pleite kommt er raus, ist nur ein Bischl, aber viele sind keine Scheine, viele sind keine Schliche, viele sind keine Revieh. Versteht sich so, dass es in kaltes Wasser auch ein bisschen Farbe sieht, aber ein bisschen Farbe ist, der Geschmack von der Bischl ist, aber nicht nur den Tachlis, der Geschmack von der Bischl ist. Aber die andere Sache ist, dass es in der Bischl ist, dass die Masken zählen, als du ein bisschen Farbe in der Bischl ist, weil du den Nye misst, ein bisschen der Pleite, nicht ein bisschen der Reiches, was er machte weich, wo der bisschen der Reiches hat sich aufstellen in der Bischl ist, aber ein bisschen der Pleite, in der Mammstich ist, wie lange sie hat der Koeich in der Rössenehmende Tachlis. In der Rössenehmende Tachlis also Menschen nehmen die Koein und in der Zeran leiden in der Koeinliche Schlischi, wo der Koeinliche Schlischi nimmt der Röss, wo man das macht, macht es in der Hände, wie in der Koeinliche Schlischi, wie in der Koeinliche Schlischi und sehen, dass die ganze Tachm kommt der Rössene Tachlis von der Koein, ist dann außerhalb der Koeinliche Schlischi auch, weil das ist ein anderer Gede von Bischl und das Bischl ist außerhalb der Koeinliche Schlischi weil man trifft es in der Rössenehmende und in der Rössenehmende du kalabischl in der Koeinliche Schlischi und du kalabischl also in Spanien der Rössenehmende und der Koeinliche Schlischi ist auch in der Rössene in der Rössene denn hier müssen wir nicht nur in der Rössene der Koeinliche Schlischi ja wir müssen noch die Sachen nicht nur in der Rössene wie in der Rössene und das Bischl den Bischl der Menschen und sagen wie das denn von der Kalle, Kalle, ein bisschen, was er geschehen hat, keine Ahnung. Das ist dann nachgekommen auch, die Gabel, die halt nur für zwei Menschen, die Sipps, wie heißt das? Nudelsupps. Was? Nudelsupps. Nudelsupps. Die Nudeln ist schon gekocht, die Nudeln ist schon gekocht. Der Nudel, der Nudel, so wie man die Kerne, es gibt Lockschen in der Gase, Lockschen ist nicht gekocht. Lockschen ist trickener Teig, ungebacken, getrickt, aber keimlich gekocht. Lockschen ist keimlich, ruhige Achille auch nicht. Viele der trickene, macht es nicht gebacken, ruhige Achille. Lockschen ist eine ruhige Sache, und du bist ein bisschen bei Lockschen. Aber die Nudeln, was liegt in der Kopf, in der instant soup, ist instant, es geschieht Teig, es wird gleich gereicht, was die Kröden gekocht. Kröden der Nudeln ist gekocht, richtig gekocht, in heißem Wasser, abhumen nicht, und später mit trickender Soße, in der Kopf. Es passt auf die Nudeln, und es gibt noch ein bisschen, weil das ist ein bisschen zu waschen. Die Geschäfte zu Hause ist nicht zu waschen. und das ist ein bisschen zu waschen. Es gibt noch ein bisschen zu waschen, denn es gibt noch 90 Prozent, denn man weiß, dass es immer zu gießen, das ist ein bisschen zu waschen. Aber es ist so, dass andere Tarnen gekocht wurden, 100% mit einem Meilen ein bisschen. Das Problem ist, dass alle Nudelsoups mit dem noch ein Päckchen von Spices, von Kleinen und von Jirukes. Diese Sachen wurden gemacht, allein zu geben, ein Tarn in der Sipp. Nicht zu trinken, Wasser mit Nudeln nicht zu trinken, dass Thomas nur ein bisschen die Pleite sieht man, dass er eine Hälfte in der Kälte und in der Kälte nicht zu trinken, dass die Sachen auch die Aussage machen. Meiner kann sie ihr gießen, die heiße Wasser mit den Nudeln. Aber sie haben die Päckchen von Spiegel, wo der Tachlis die Fähne sich raus bringen in der Kälte, und der Kälte kommt raus, und die Kälte kommt raus, die wir nicht mit der Kälte kommen, die wir nicht mit der Kälte kommen. Und das kommt raus, die Tachlis die Päckchen, die wir nicht mit der Kälte kommen, die wir nicht mit der Kälte kommen und dass sie ein Tachlis die Kälte geben. mit meiner Meinung ist es ja, du bist ein bisschen der Pleite. Wir haben immer noch ein Day-Coffee, aber noch nicht. In Day-Coffee gibt es zwei Sachen, das ist der Instant-Coffee, das ist das Raw River für Instant-Coffee, und es ist angemischt, der 3-4% ist angemischt, der Brut-Coffee, das ist nur ground, das ist nicht gekocht, das ist nicht gekocht, und ich kann es jetzt kochen in der Kopf. Man bemerkt, es steht hier micro ground-Coffee, es ist nicht ground-Coffee, es ist micro ground-Coffee, was ground-Coffee ist nicht gemacht, so zu trinken, es ist gemacht geworden, auszusehen, zu filtern, und keiner nützt nichts das Stickleck, man nützt sich das Stickleck, das wird weggeworfen. Aber du weißt, wenn man den Stäub trinkt, kann man trinken zusammen mit dem Kaffee, wenn man mit dem Mut, sei, 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 eidl, man macht mich wie Mehl. Es wird dieses Tag gemacht, dass Grinke in einem Pratt von der Lüche, mit dem Säufer sockt, als er sagt, was er gemacht hat, zu essen, und nicht du kann ein bisschen, ein bisschen, wenn man einmal gekocht hat, er fülle mit später angiessen, noch mehr Wasser, und wir mögen bei dem, und ich du kann ein bisschen, ein bisschen, weil der Microgrand ist speziell gemacht, also sein zu essen, und nicht nur ein Rösschen in einem der Tham, weil wenn es nur ein Rösschen in einem der Tham ist, dann wird man größer Stickleck. Du weißt, wenn man auch trinkende Kaffee, wenn man macht, man es dünn wie Mehl, es ist so wie gesagt, kann ein bisschen, ein bisschen, nicht du, aber es ist du, ein bisschen, ein bisschen, wie bald sie gemacht ein Rösschen in einem der Tham. Der, was? Er sagt, was er gemacht hat, er ist falsch, aber es kann man nicht in einer Kaili-Scheine, nicht in einer Kaili-Scheine, wir können nicht machen, nur ein Rösschen in einer Kaili-Scheine, aber in einer Kaili-Scheine kann man nicht, nein. es ist gemacht speziell, es ist gemacht speziell, aber sonst kein Essen, das ist ein Kaili-Scheine, nicht so, nicht so, verwusst, aber man macht einen Microgant, weil man weiß, man kann das essen, man kann das trinken mit der Kaili, was das geht für andere Tham. Also, nachher sage ich, mit der Galle ist ein Stückchen aus dem ganzen Kaili-Scheine, wir sind dort in der Fabrik, wenn es, jeder versteht, wusste das, das ist instant Kaffee, und noch, wenn man die Farbe packt, leidet man daran, der Stoib dort, leidet man den Stoib in der Wendung, und der Stoib, geht es dem Tham, und das geht es dem Schmeck, und das geht es dem, also wir trinken den richtigen Kaili. So, da unten ist Galle in der Fabrik, als 2% von der Stoib, leidet man daran, noch farme halb tun zu kochen. Das farme halb tun zu kochen, die Kaili-Scheine, haben wir viermal gewöhnt, wir nehmen die Kaffee, und wir kochen sieben Kaffee, zwei, du liegt 3% von der Brutkaffee, zwei, die finnisch sind angelegt, die Farben kochen. Für was? Weil, zum Gott rausgekommen, er geht in Tham, zum Gott rausgekommen, er geht in Tham, und das ist mitgegangen, noch der letzte 1% ist angelegt, beim Sof, gedeiht zu geben, der, das ist etwas ruhig, so sagen dort, das ist der letzte Masch, es soll lang sein, etwas ruhig. Wenn wir, wenn wir mal ziehen, für die Kaffee, können wir das machen, Schabberstück, Sturz leidet 2% frieren, und 1% später, leidet alle 3% frieren, und kocht die ganze Sache, und lasst den Stoib, weil der Stoib wird mitgegangen, also immer die frie Maschwege, der Stoib geht von einem Topf zum zweiten, der Wasser geht, und das Salz bleibt unten, aber das ist der Stoib, das fährt mit, wenn wir das mitgefahren, dann viele, alle 3% sind gekocht, vor Schabberstück, das können wir nach Schabberstück gekocht, die sind gekocht, wir arbeiten unter dem, in der Zeit, mit der Herrscher, mit der Kusch, mit der Kusch, mit der Kenntnis machen, Schabberstück, wo die Tage sind gekocht, vor Schabberstück, auch nicht nur gebruten, vor Schabberstück, sind auch gekocht, und auch die Stücklech, weil die Stücklech sind gekocht geworden, vor Schabberstück. Ich meine, es ist noch gelungen, zu haben, den Geschmack, ehrlich, Ihnen wird doch nicht mehr wahr sein, auf Gunnisch, es ist noch gelungen, zu haben, die Tage mit allen Tagen, im Schabberstück. Aber bis der Wahl, können wir die Schnitzen, die Tage, das ist ein Schabberstück, zu machen, wenn es nicht mehr Leute geschieht, die Tage zu führen, wenn sie die Tage mit allen Teinten machen, ein Schabberstück, aber das ist das Gegenteil, ist das Gegenteil von Schabberstück. Die Mäste für die Kabe redet noch an den Kindern eine Sache, wo man die Kabe macht, mit viel gesucht ist, dass sie nicht in der Kabe war, sondern in der Kabe war. Die Kabe ist nicht genickt, sie ist heiß, aber sie hat lieber mehr heiße Kabe. Sie hat in der Woche die Kabe, sie hat noch ein bisschen heißes Wasser, sie macht heiße Kabe. Sie hat die Kabe, die Kabe hat schon nicht in der Kabe, aber sie hat die Kabe, sie hat heißes Wasser. Die Schale ist die Schale, sie hat das Schale, sie hat das Schale, sie hat das Schale, sie hat das Heißwasser. Wo ist die Schale? Die Schale ist, weil die Lache ist, wir haben die Heißwasser auf das Kaltwasser in den Schale, wie lange die Sonne im Rippen, wie lange die Inteste ist mehr Kaltwasser als Heißwasser. Ich kann nicht ein bisschen, ich kann nicht ein bisschen von der Eri, von der Kliffe auch nicht, was wir wissen. Ich kann nicht ein bisschen von der Eri, 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 von der Eri. Ich kann nicht etwas zusammenfassen werden. Ich sage, es sei das sehr bara kalt und es sei das, wie ich kalt drin habe. Ich kann nicht einfach umfassern, nicht nur mit kaltem Wasser, downtodend wieder allein dass ich direkt nach Verrückend ein bisschen Heißwasser suchst, denn es ist sehr kalt Gh testimony. Die Schale ist wegen der waschenden Hände mit warmem Wasser in den Schabbos, und es ist warm geworden in den Schabbos, aber das ist ein Hexisch. Aber wir kennen es, die Schale ist jetzt so, die Kabe, wo es heiß ist, in der Lucherdig ist es kalt. Aber in der Lucherdig ist es heiß. Siehe ich auch so, wenn ich das heiße Wasser nehme, die Kabe, wo es schon gekocht ist, Siehe ich auch so, weil es schon in der Lucherdig ist nicht gekocht, die Kabe, wo es nicht gekocht ist, siehe den Milch, wo es nicht gekocht ist. In der Lucherdig ist es nicht gekocht, es kann es jetzt gekocht werden von der Eri, siehe ich kieke so, als ob es die Zorn nicht mehr gibt, weil der Lucherdig ist die Zorn nicht mehr. Man sagt, es liegt in der Kalle, die Scheine, hat der Lucherdig in der Zäune. Wenn ich sage, beim Ziehen ist es heiß, ich kann nicht lange nicht mehr ziehen. Jetzt ist es nach dem Lucherdig, für mich gut, wenn ich das heiße, wenn ich das heiße, wenn ich das heiße, dann ist es kalt, es ist nicht kalt, es ist nicht ein Jahrzehnt, aber wenn ich das heiße, kann ich nicht direkt Wasser von der Scheine auf die Kabe nehmen. Ich habe gesagt, dass ich so gesagt habe, dass ich die Teufel habe, und dann geht es nicht mehr. es ist nicht mehr und es bin gold, ich kann mir das heißen. Ich habe schon gesagt, ich meine Frau, ich bin sehr zu dankbar. aber ich habe nur noch ein Eck, der behinderte Aufstieg auf der Seite war, dass bei der Beute sind. Und die Leute, wie die ganze Stadt, die von einem Publikum machen, operates von der Kalle, was er weiß, dass du an einer Stutte, du, er leistet der Kalle. Weißt du mein, Schallschelles? Es gibt tausende Jüdische in der Faschis, die haben keine Schule. Und es gibt ein paar Blöcke, es gibt eine Schule, die sich ein paar Mal ausgestattet haben, wenn es sie ist, wenn es sie ist, wenn es sie ist, wenn es sie ist, wenn es sie schlitten. Ich weiß persönlich, wo es sich dort sitzt. Hinten die Faschis, jede Jürgen, wenn es keine Mames von Jüdischen Kindern gibt. Aber ich sage, die Schule ist vermacht. Hinten die Mädchen wollen gehen in die Schule, und die Tee können sich nicht aufmachen, weil sie haben über eine halbe Million Dollar für die Tee, für eine halbe Jahr, alle Zitkunni, als sie arbeiten dort. Wir haben gebeten an Emergency Appeal, zu raten in die Schule, dass jeder soll geben, wie viel er kann. Das ist ein Zulass, ein Fusches, Mamesch. Wir kommen für die Jürgen, wir beten uns für die Kinder, für die Mischbruches. Und du, wir beten uns, sie wollen sein Jüdisch, sie wollen reinkommen in die Schule. Und wir können nicht pushen, oft machen die Tee-Shirt, die sind in der Schule geworden, über halbe Jahr, und sie arbeiten mit einem Sitz-Nefisch. Wir haben die Zulass, die Fusches, von Jüdischen Tächten. Und ich sage, sie können nicht mehr schlitten von dir mit den, denn sie können nicht mehr 1000 Dollar, 500 Dollar, 100 Dollar. Wie viele, die geht, ist ein gewaltiger Mitzver, man kann machen mit Payment, ist ein gewaltiger schlitten von dir mit den. Jeder eine soll geben, aber nicht mehr in der Mase. Du hast gut, wenn die Kinder, sie kommen und geben einen Check, und wobei eine Sehre, die man festhält, an dem Band gibt. rator Magdπάtre ist ein gewaltiger Schlaender, weil sie die Kante aquare- Harmonisch betr gospend, und 7 Senf. Die Schlimmer, die Vor-Türfer, der Geschenk- BEREichung, Ñ Peng affects professionell das Problem. Amen. 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 Amen.